direkt fortfahren wir haben ja alle das mühselige was man zwischen den welten machen muss schon erledigt und dem erschreckend ausgerüstet genau das gescheiteste im kopf haben wir ja die immunität gegen betäuben ist sehr viel wert sehr viel wert denn aus der betäubung uns wieder hoch teppeln rappeln kostet halt immer eine runde das können wir nicht einfach zu verschenken von dem herr ob der schmied mittlerweile was besseres anzubieten hat ich glaube es ja wohl kaum ich behalte auf jeden fall das mit dem betäuben eine quest haben wir auch schon angenommen für die äh das teufels rief genau das ist dann schon unsere zweite letzte mission in der kampagne ja los ich zeige in die luft ich mache nicht irgendwie los geht's also chat seid ihr bereit euer handeln ist gefragt drei gestalten in grünen händen blockieren euren weg mit knüppeln und vermummt das wird die antifa sein sie schwingen eindrucksvoll ihre knüppel wobei nein die typen von der antifa haben keine ansatzvollen knüppel ja peck für euch wie sind die berüchtigten gebrüder grünig und wir sind gekommen um euch von der schweren last eurer beute zu befeilen erspart euch den ärger und händigt all eure besitztümer aus können wir eigentlich machen nein wobei da sind die heiltränke weg ähm vom nächsten mal haben wir sie ignoriert aber wir müssen dann trotzdem kämpfen glaube ich wir geben nichts ab auf keinen fall nein ich kaputuliere mich niemals sie wollen kloppe sie kriegen kloppe die helden greifen zu den waffen ähm äh sie blöbten nichts oder ich äh lauft jungs ich könnte schwören die fliehenden banditen hätten sich in die hosen gemacht und sie haben einen beutel mit ein paar goldmünzen fallen gelassen aber wo wir sie ignoriert haben mussten ich glaube ich kämpfen oder nicht weiß gerade gar nicht mehr warum keine erfahrungsquote wie setzen die reise fort tschüss bandidos ah schon wieder ein riesiger riese stellt sich euch in den weg wie könnt ihr es wagen mein territorium zu betreten ich verlange einen wegzoll für jedes paar beine ähm doch doch da müssen wir kämpfen genau ein wegzoll für jedes paar beine ähm tut so als hättet ihr keine beine versteche mit fleisch wegzoll abgeben geht nicht warum auch immer na 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 tu so als hättest du keine beine ok die helden fangen an auf ihren händen zu laufen und täuschen vorst keine beine zu besitzen der riese liegt überrascht nun das ist nicht was ich erwartet habe ich denke ich werde euch ziehen lassen als belohnung für ihr kreatives denken ja gut gut ähm ähm nettes gebiet hier so unbekannte kreatur eine große dunkle gestalt die am straßenrand steht sie starrt euch direkt in die augen nicht zuerst einkaufen sie noch wie sie hier in ihnen sie hier diese hier Ich starre meistens. Okay. Star Contest. Eure Helden starren zurück. Etwas Zeit vergeht. Eine schrille Stimme ertönt. Ihhh, das ist zu abgefahren! Mutter sagte ihm, ich soll nicht mit Stelzen spielen! Bitte hört auf mich an zu starren! Okay, tschüss. Wir sind hier, glaube ich, in Mongohausen, aber zumindest wurde es niemand gefährlich. Das Teufelsriff. Äh, okay. Riesenkalmar, Dünenhai, Sharknado und mieser Seeigel. Das hier ist kein Feind. Ah, unser ewiger Fluch des Bebens. Der ist neu. Das ist auch neu. Nur geringfügig besser als unser altes Heilbuch, aber immerhin. Na, wir hauen natürlich zuerst das hier raus. Wir hoffen nun auf den Fluch. Was kann man tun, wenn es nur... Was geil ist, wenn alle etwas hätten, was gegen alle geht. Das sind letzte zwei von unseren Leuten. Nur los. ja wunderbar verflucht und betäubt und zu erwischen eine runde geschenkt weil der heiz von der betäubung erholt und ja zwei davon sind eh schon beinahe tot nein nicht noch ein film davon ich habe mal das war glaube ich bei rocket teams doch doch wir haben den film schock nether gezeigt plus was schock nether ich glaube ja plus angekoppeltes trinkspiel quasi wie ging das jede für jede dumme referenz auf irgendetwas anderes muss man dann trinken und das wird auch unten eingeblendet so richtig schön was nicht geil der see igel der wird gespalten ja ja muss übrigens angewählen dass das hier nicht mehr meine herrten des göttes mit der siegen ich muss mir angewöhnen dass das hier nicht nur meine primäre angriffs waffe ist sondern mittlerweile ist es das weil es einfach mehr schaden macht und die betäubung die chance auf betäubung hat habe alle fünf gesehen mit schläfts trinkspielen schläfts weiß ich jetzt nicht nicht mehr nicht mehr was ich cool fände wäre wenn man durch irgendwas mehr in der tat plätze freischalten könnte vielleicht keine ahnung am schluss des abenteuers kann sich entscheiden will ich fünf plätze mehr im inventar für das nächste abenteuer oder will ich vielleicht für einen von den drei charakteren einen weiteren ausrüstungsslot für das nächste abenteuer dass man jeweils wenn die wenn die wenn die charaktere überleben dass man so jeweils popo abgeschlossene kampagne eins davon mitnehmen kann einen slot mehr oder drei plätze oder keine ahnung irgend sowas muss auch mal einschauen habt ihr noch nie geschaut fehle fünf die schlechtesten filme aller zeiten ja muss doch nicht fernsehen gucken da läuft natürlich nur scheiße wir haben hier zwei tiefgänger krieger und einen priester ja ok ich möchte den krieger äh priester in die weg haben aber glaube im moment noch nicht ist du war ja komm ihr lebt immer noch alter ok jetzt aber ja ja hau rein bis gleich ritual von daron hm ah du kannst nicht ok hm 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 ach das macht doch nichts bam effektiv 180 schaden ja bringt wiki auch eins mit er hat schon fast keine mehr langsam werden die hart hart im nehmen ja aber verdammt ich hab das nicht vorgelesen hart im nehmen ja aber sie machen dafür auch keinen schaden verdammt nochmal warum sieht mein händ nicht adäquat das kann ja nicht sein hier alles das fange ich auch an oben ohne zu streamen Mist hier überall zum wohl zum wohl helden sind ein level aufgestiegen ich zieh mich in der pause um ok ich bin eitel meine haare sind wunderschön äh was haben wir beim letzten mal beschlossen die skillen nur noch auf nein das war bei dir nur noch auf äh ne das war bei das war bei dir und warten dann auf eine auf eine dexterierte waffe ja ja hätten wir nämlich diese stärke hier auf decks dann würde das vermutlich sogar mehr schaden machen als das hier ziemlich sicher ähm feines schwert der intoleranz äh hättender fetisch des magias 21 intelligenz du brauchst du brauchst äh hier vor allem intelligenz und hier so ein bisschen breites es ist theoretisch äh hätte ich hier 99 und 66 101 ja und da 1 1 weniger wegen dem 1 1 2 1 2 2 2 3 zum wohl zum wohl meine lieben für mich noch nicht warte mal geht das schon ja stimmt das habe ich letztes mal eingestellt ähm muss aber auch ganz kurz in der küche was gucken bei der gelegenheit habe ich mich auch gleich ähm ähm ich habe in der küche nehme ich wieder mal den teesatz von gestern aufgekocht wieder wenig wasser und mal gucken wie der schmeckt wenn er bis zum abend abgekühlt ist intelligenz ja 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 ah wie sieht das eigentlich jetzt aus 69 103 68 105 105 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 mein erstes lernt nun man sagt ja es ist verwerflich am morgen schon alkohol zu trinken aber alkohol zu drücken ist sowieso furchtbar so spielt es überhaupt keine rolle einen tiefgänger krieger und zwei miese sehigel gut fest erst mal das okay das bringt so gut wie gar nichts das hingegen ja beim anderen hatten wir hier die betäubung mit drauf mal gucken wie viel was halten das raus oh effektiv geil seltsame knüppel der freundlichkeit erbärmlicher buckler des schmetterns leichter hut des wohlseins die leute wohl sein und ach du abraham wohl sein zeig mal ja kann unserem zeug natürlich niemals das was erreichen tatsächlich erwärmlich für ein baby hydra ich will gar nicht wissen was der end was ist ich würde mir wieder effektivere flüche wünschen es ist geil dass unsere attacken so schön effektiv sind gegen diese wesen hier aber das ist der fluch so selten durchtickt wieder mit dem drauf knüppeln so glaube ich mir das ja ja ich muss den neid bot wirklich mal umstellen sobald zwei leute schreiben tickt er völlig durch dem tode nah tschüss bereinigendes amulett der macht langweilige hextreide seuche verstärker jacke der langeweile und die üblichen tränke und ein level up für jung kiel unser himmelskind wo wir gesagt haben wir gehen jetzt wirklich nur noch auf decks weil das halt diese 5 gibt verursacht 75 prozent diesen parasiten auf alle parasit ist halt schon was geiles ich hab's noch nie gesehen aber großer schaden wenn der parasit schlipft also tot der neid bot mag uns glaube ich nicht der neid bot mag niemanden der neid für zehn sekunden okay warte ähm So, das habe ich in jetzt mal 10 Minuten getimedoutet. Ich kann ja drüber nachdenken. Was ist das? Ein Schwamm? Lui da Gelie wirfen. Ah, okay. Wie lange braucht es zum Schlipfen? Ja, wie es aussieht, fünf Runden. Also wenn man das am Anfang raushaut, die ersten beiden Runden, mit 75% Wahrscheinlichkeit, könnte ich eigentlich nachher mal probieren, im nächsten Kampf. Einfach so mal testen. Weil das bringt ja irgendwie nichts mehr so recht, da mit dem Fluch, den ich so gelobt habe, die ganze Zeit. In fünf Runden ist nicht so lange. Ich meine, das hier ist eine Runde. Beide verflucht, geil. Das hier ist eine Runde. Und das ist eine Runde. So verstehe ich das zumindest. Gut. Dann nimmst du es halt damit. Ich lobe mir das. Das hier? Nein, auch nicht. Ja, es hat dasselbe Element. Fluch des Bebens, die Erde bebt, ich sehe das, äh, und das ist quasi, ja, das hat doch die gleiche Animation, also von dem her. Nichtsdestotrotz. So ist das mit den Runden, ja, äh, äh, äh. Und das, ja, das mit dem Betäubigen, der Gegner, wenn er sich entscheidet, seinen Charakter aus der Betäubigen zu befreien, kostet das diesen, äh, eine Runde. Wenn er einen befreien will. Aber ich denke, dass schon die Priorität oft darauf liegt, dass man den Charakter befeit. Auf einer Helm der Resistenz, anregendes Amulett des Kriegers und Heilfrager. Also ich lasse die Betäubung eigentlich nur relativ selten drauf. Höchstenswert, vielleicht nur noch ein Feind oder so steht, dann kämpfe ich halt mit den anderen beiden weiter. Stärke und Geschicklichkeit. Stärke nur 22. Aber dafür die Geschicklichkeit, die wir, die wir so sehr möchten, hä? Also das hier macht jetzt 121 Schaden und damit, äh, damit 116 noch. Aber je mehr wir auf die Geschicklichkeit gehen, desto mehr Schaden wird es, denke ich, auch machen. Aber im Moment, wo? Ich möchte das Ding auf jeden Fall behalten. Kann ich das irgendwie nach ganz oben verschieben? Ja, ja, perfekt, perfekt. Was wollt ihr mir ausprobieren, gell? Geht halt auch auf alle. So mache ich das auch immer. Das mit dem Aufbewahren, ja, das habe ich jetzt gerade entdeckt. Das ist voll geil, dass das geht. wir bringen den untergang seid ihr eh schon quasi unter wasser also nicht glücklich aber okay zweimal parasit wir stehen in flammen hauen wir eine kleine heilung raus besuchen wir mal den parasiten auch auf den zu wirken krankheit ist bestimmt auch nicht halt weniger schaden und heilung aus heilen den grad noch mal jetzt habe ich das nicht gesehen was das geschaden angelegt kleiner heilung sagt er bei 140 so du bist noch unversehrt ja dann gucken wir mal in der nächsten runde verwundet und parasit kommt dem tor der nahe gut es hat ihn tatsächlich einiges im schaden gemacht allerdings hat man es nicht optisch gesehen das behaft mir nicht die göttliches gewählte linderung heilender haubert erbe vernichten anbruch der skeptisch das ich denke da warten wir fünf runden auf den schaden und das wirkt halt fünf runden sechs runden sogar denke schon dass das hier ähm besser ist wenn es denn halt der fluch durchtickt fluch 100 prozent wäre halt geil was zu haben ähm sonst 74 äh nein da wenn ich jetzt mal ausrüstern macht die 115 schaden ja das machte mehr 115 und mit dem mit dem her 116 Hä, wo hab ich den Knopf, was versteh ich nicht? Hä? Hä? Nee, nee, Blödsinn, auf keinen Fall. Und das? Ja, die Tasche, genau. Okay. Nein, die Uhr 115, beziehungsweise 121. Wird noch 10% Effekte. Irgendwo hängt's bei mir grad. Ähm, hm, 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 hm. Ah, das war schon das. Ne, wie bin ich grad gekommen, das wäre ein Ersatz. Das gibt ja insgesamt nur 33 Punkte und das hier gibt insgesamt, äh, 43 Punkte. Ich würde gut glauben, weniger brauchen wir aber auch nicht. Wie komm ich da drauf? Machen wir mal so weiter. Hm, 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 hm. Das nehmen wir doch direkt. Ja, ja, ja. Die Armbrust geht auf 1 und 2. Und die Axt nur auf 1. Ne, warte. Die Armbrust geht entweder auf Ziel Nummer 1 oder Ziel Nummer 2. Das kannst du dir aussuchen. Und die Axt, äh, geht halt nur, kann man nur auf das erste Ziel. Und bei Armbrust kann man auf das erste oder das zweite Ziel. Ein Pfeilbogen wäre jetzt auf das zweite oder das dritte Ziel. Und, äh, Effekte hat sie keine. Das ist die Schadensberechnung. Die hat halt einen fetten Grundschaden. Plus nur 15% von der Stärke, wo's hier 19% sind. Dafür jedoch 75% von, von der Geschicklichkeit. Wo's hier nur 40% sind. Jedoch wirkt ja auch der Glaube und der Intelligenz ein wenig mit hinein. Und das ist, äh, beides gar nichts. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem weiter auf Intelligenz, äh, auf Geschicklichkeit und gucken, was sich so entwickelt. Sind schon im vorletzten Raum. Aber hallo. Ein Kriegstar, ein Krieger und ein riesen Kalmarer. Ja, genau, so glaube ich mir das. Schön alle drei erstmal verfluchen. Vion ist halt effektiv auf Wasser. Oh ja, was ist das? Befreit sich von der Betäubung. Bäm. Bäm. Und Bäm. Ich bin gegen Gewalt. Außer sie richtet sich gegen dich. Mystische Hymne der Guns. Verfaulter Spitzhelm der Kühlung. Nützliches Beil der Krull. Naberhafte Beutel der Liebe. Und Heißdränken. Wegen der Anbrust. Ähm. Achso. Ja, mag sein. Ich muss die Waffe haben. Eigentlich eh nie. Ich kämpfe mit den, äh. Mit den beiden. Mit dem Zeug. Und eigentlich mit dem. Und das war's eigentlich auch schon. Was haben wir denn hier? Leben und Stärke gibt das uns. Für einen anderen Spielstil wäre das bestimmt sehr wertvoll. Gümne der Gunst. Heilung. Nö. Nö. Ähm. Ja. Boss Battle, hä? Noch die Pumpe verteilen. Wir müssen nur den Schaden einstecken und geheilt werden, die blaue Frau. So, genau. So ist das. Warum seid ihr hergekommen? Ist das eine Neugier oder seht ihr der Toto herbei? Nein, wir hatten Bock auf Krabbencocktail. Deswegen sind wir da. Der Ozean wird eure Kadaver fortspülen. So wie alles. Nette Musik. Ähm. Immun gegen alles. Hm. Bäm. Immun gegen Betäubung. Okay. Versuchen wir nochmal den Fluch. Ja, ist der Fluch. Wunderbar. Wunderbar. Aber nur ganz wenig. Bäm. Gibt es eigentlich auch kritische Treffer? Habe ich noch keinen gesehen. Glaube nicht. Oh oh. Oh oh. Ah fuck. Don't kill. Weher du gehst drauf. Ähm. Bäm. Effektiv. Ja, geil. Oh. Großer Heilschrank? Ne, warum? Die Kleinen haben ja völlig gereicht. Ähm. Versuchen wir das mal? Komm schon. Ah shit. Hm. 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 Vielleicht ne ganz kleine Gruppenheilung? Nein, du hast gerade angegriffen. Hm. Ist ja nur 15%, ja. So, komm, das könnte es doch langsam mal gewesen sein. So, komm, das könnte es doch sein. So, komm, das könnte es doch sein. Hm, 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 hm. Hä? Was ist sogar passiert? Wegen deiner Rüstung, wirklich? Er hat sich am Anfang aufgehalten, oh, okay. Lasst mir doch meine Freunde, wenn ich sage, dass er im Sterben liegt. Dann liegt er perfekt im Sterben. Bäm! Bäm! Gut, seine Panzerung-Ding ist weg. Gut, hat ja auch lange genug gedauert. Feuer hatten noch ein Rüstig-Down drauf. Ah, so ist das. Erfolgt halb gespielt, äh, rrrrrr, ist nah. Wir sieben den Boss des Teufels. Feuerbahn, oh, mal gucken. Ewige Schriftstelle des Eis-Taputs. Feiner Kettenpanzer der Langeweile. Belebendes Amulett des Segens. Und Heiltränke. Und Level Up. So, hmm. So, hmm. Verursacht 100% verdiftet. Ja, das war das siebte. Ja, ja, ja. Ah, stärker Immunität gegen Fluch. Hm, ne, ich hab noch verkehrte Akettenpanzer der Lange. Nein, 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 nein. Schriftstelle des Eis-Taputs. Hm, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh. Ich zähle hier mehr als acht. Ähm. Ein Bienenstock ist von einem Baum gefallen und liegt nur am Straßenrand. Beim letzten Mal haben wir ihn, glaube ich, weggetreten. Ich muss mir so Bierdeckel zutun. Ja, wie ist es mal hineingreifen? Gut. Einer eurer Helden versucht, in den Bienenstock zu greifen. Ich seh zumindest noch keine Bienen, also... Er ist komplett leer. Ja, oh. Etwas müsste doch Erfahrung geben für den Mut. Ah, ne, Morpheus, äh, Morpheus. Neo wollte ich sagen. Ihr seht einen ernst rein schauenden Mann in einem schwarzen Ledermantel am Wegesramt stehen. Ihr ahnt, dass euch eine fundamentale Entscheidung bevorsteht. Schluckt ihr die blaue Kapsel oder die rote Kapsel? Blaue, rote, beide oder ignoriert ihn? Hm. Bei der blauen bleibt ja alles im Tempo... Ja, was hab ich hier? Ich hab hier Papier. Aber das bleibt dran kleben. Wegen dem Kondenswasser. Ähm. Wenn bei der blauen alles bleibt, wie es ist, möchte ich die nicht. Ich stecke oft in der Freizeit meine Hände in Bienenkörbe. Äh, das ist dann so. Das ist so ein Hobby. Rote oder beide? Rote Kapseln oder beide Kapseln? Ich tendiere ja für die rote. Ich nehm die rote. Nimm doch weiter. Was soll schon passieren? Zu spät. Die Helden nehmen die rote Kapsel heim. Die Helden fühlen sich, als würden sie von einer unsichtbaren Präsenz beobachtet werden. Sind sie nur Marionetten in einem grausamen Spiel, welches von einem bösen Zauber entworfen wurde? Hm. Oh, du schon wieder. Die haben wir am Anfang schon gesehen. Wie könnt ihr es wagen? Wegzoll, wir tun so. Bestecht mir mit Fleisch. Äh. Wo bleibt meine Maus liegen, wenn ich so mache? Die greift ihn an. Töten, sagst du auch. Okay. Die Helden ziehen ihre Waffen. Möge man uns beistehen. Ich bin da, keine Angst. Ich bin da, keine Angst. Was wäre denn wohl effektiv? Nun, nichtsdestotrotz. Betäubt. Und tot. Belohnung. Ein Riesenknüppel. Ja, zeig mal. Oh, und sonst nix. Doch. Eine armselige Wütze der Erdung. Immunität gegen Betäuben. Aber wenn. Der Riesenknüppel. Ja, da könnten wir es einbrauchen, wo Fett viel stärker hat. Das macht nämlich einen Schaden. Plus 130% der Stärke. Achso, der Power. Werke sich ergibt aus der Stärke. Und. Ja, aus der Stärke. Phoenix wäre wahrscheinlich effektiv. Ah, okay. Geil-O-Mat-Mann. Vielen Dank. Hier eine Gratis-Fuhr meines Spezial-Tabaks. Ah, ich wollte da nicht. Nicht mal kurz ziehen. Okay, dann nimmt das hier. Ich habe es, äh, gefunden. Auf der Straße. Lach mir genau im Weg. Einfach so. Könnt ihr haben. Segnende Tasche der Philosophie. Zeig mal den Mist. Intelligenz und Glaube. Theoretisch hätte ich jetzt hier 178 und 171 und damit hätte ich 111 und 171. Ja, nehmen wir das doch so. Ähm. Was zum. Nope. Nope. Und Tinder, du kannst es wieder nach rechts walten. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe eine Shadowban bei Tinder. Wisst ihr, wie ich Tinder mache? Ich flieche fucking im Trüben. Ich mache die ganze Zeit eine Like, 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 Like. Sogar wenn es Werbung ist. Like, 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 Like. Like, 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 Like. Das habe ich aus der Szenen einen super Like verteilt. Und das mache ich so lange, bis die 100 Likes verbraucht sind. Und trotzdem hatte ich noch nie ein Match. Doch einmal. Und da habe ich irgendwas geschrieben, so was von wegen guten Abend. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Und das war es auch schon wieder. Nein. Ah, egal. Das ist der letzte Müll. Der Heftwerf ist Fake. 25% sind Werbung. Und die übrigen sind vermutlich Angestellte von Tinder. Aber wirklich schlimm ist es ja so bei Diensten wie Parship und Badu und Lawu. Also die verarschen dich ja regelrecht. Vor allem, vor allem die Männer. Da ist es so, dass bei Badu war das? Bei Badu weiß ich es. Es werden... Quasi Männer erhalten eine Nachricht von einer... Also sie erhalten nicht die Nachricht von der Frau, sondern sie erhalten eine Nachricht. Und da steht, hm, Name der Frau, die man geliked hat, möchte mit dir chatten. Schreibe eine Nachricht. Das steht da. Die Frau hat davon keine Ahnung. Und wenn man dann das schreibt, glaubt sie einer natürlich das nicht. Weiß ich aus Erfahrung, weil ich da mal mit einer Frau, die ich gut kenne, geredet habe. Und sie wusste das gar nicht, dass die so einen Scheiß abziehen. Habe ich dir das mal erzählt? Und sie, what the fuck? Ja, das ist so. Also ganz, ganz, ganz miese Dinge gehen da. So, ähm, ich denke, ich brauche gar kein besseres Buch. Wir haben hier was anständiges. 111 auf alle. Das wäre nicht ein fette Attack her gegen alle. Hm, nein. So, das haben wir ja schon. Hm. Hm. Okay, nee, ich hänge aber doch an der Harte, weil... Die Beteiligung, äh, der Fluchtbrinz hängt doch schon. Was ist das bei dir aus mit der Heilung? 150 und das Zeug, so, nee. Also lieber Tinder als Badoo, ähm, sagen wir so, bei, äh, Tinder hatte ich im Laufe der Zeit, äh, bislang drei Matches und mit einer davon, mit einem habe ich ein bisschen geschrieben und mit einer davon, äh, habe ich mich sogar ein paar Mal getroffen, war eine ganz Liebe. Und, ja, aber... All, all diese, all diese Dienste sind eigentlich eher dazu da, dass sich, äh, Leute für schnellen Sex treffen und nicht wirklich... ähm, die wenigsten suchen direkt eine Beziehung, zumindest... Warum zieht der Zwerg sich aus? Ich will's gar nicht wissen. Und, ja. Gut, ich will auch keine Beziehung, also, ich hab weder die Zeit noch, äh, Bock drauf, aber ich will auch, ich bin auch nicht interessiert am Schnellen im Sex. Weiß gar nicht, was ich will. Äh, was ich will, ist eine fette Körperpanzung, plus 10... Ja, genau. Ähm, dieses Schild hier, Moment, Moment. Bei dir ist immer noch das Problem, dass du, dass du mehr Magieverteidigung bräuchtest, eigentlich. So, jetzt theoretisch... Nein. Das ist 9, 8 und 8. Beide 50% Abwehr von... Bei diesem Dungeon kann ich dir nicht helfen, erst einmal geschafft. Wir wissen doch gar nicht, welchen Dungeon wir haben, oder? So, gut, und wer kriegt die Rüstung? Der Pfaffe, oder... Du schützt in der zweiten Reihe, kriegst du eher was ab. Na, komm. Hm. Moment. Tut der nicht? Ah, nein, tut der nicht. Ich dachte, der filmt seine Icons wieder auf. Das wollte ich vorhin machen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. So, schweig. Ähm. Plus 100% Geschicklichkeit. Macht jetzt 114 Schaden. Und verursacht Brennen. Hm. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist in der Tat ein ansinniger Schaden. Ja, gut, ich denke mal großartig auf Geschicklichkeitskillen bringt das eh nichts mehr, wenn das Abenteuer nach dieser Runde vorbei ist. Wenn denn so ist. So, bei dir ist, äh, so wie es halt ist. Und ich denke, er wird diesen hier behalten. Hm. Plus 7 haben wir hier schon, aber wir brauchen halt tatsächlich die Immunität gegen Betäubung. Die möchte ich unbedingt behalten. Also, weg mit all dem Müll. Ja, aber ich finde es, äh, komisch, dass jemand, mit dem man zuerst ein Match hat. Und dann, äh, denjenigen anscheinend, oder diejenige. Und dann plötzlich, äh, quasi ein, entfernt oder blockiert oder keine Ahnung was. So, ja gut, wir hatten ein Match und so und dann plötzlich doch nicht. Okay, ist mir eigentlich egal, ich finde es nur komisch. Aber ihr habt ja gesehen, wie ich das Ding benutze, so klick, 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 klick und, äh, wer im Trüben fischt, der zieht halt ab und zu einfach mal einen alten Gummistiefel raus. Und ich finde es auch so, dass es, äh, vielleicht mal eine gute Idee ist, was das gibt halt. 500 Getränke ist eigentlich eine schöne Zahl. So, das hätte ich, äh, auch mal. Jaja. Na gut, vielleicht hat die ja genau, vielleicht hat die ja genau das gleiche gemacht. Allerdings ist es, äh, ah ja, du, ist es so wie bei, auch bei Swinger-Partys und so, die Frauen können sich das in der Regel aussuchen und haben das Ganze gratis. Und die Männer sind halt einfach die, äh, Gefickten, weil sie halt diejenigen sind, die ficken möchten. So, welcher von euch ist der Typ? Harribert? Nun ja, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, den Untergang der Welt wenigstens doch noch zu verzögern. Ja, super, das man hier nicht. Ich habe von uralten Schriftrollen gehört, die von den größten, bösesten und allergemeinsten Monstern bewacht werden. Diese Schriften enthalten verborgenes Wissen. Mit ihnen können wir den Kult der Söhne des Morgens aufhalten und das Ende der Welt auch später verschieben. Helft ihr mir? Nein, okay. Sehr gut. Sterbt nur nicht, wegen dieses gefährlichen Abenteuers. Fools of Revereance. Wäre nicht so gut für alle anderen Menschen, wegen des Weltuntergangs und so. Versteht ihr? Ja, ja, ja. Ja, wir sind gerüstet und bereit. Besser wird's nicht. Also, hört zu. Ich weiß, ich habe gesagt, wir würden öffnen, aber das war gelogen. Ich bin ein Future, das nie programmiert wurde. Ihr habt eure Zeit mit dieser Typ verschwendet. Ups. Erfolg frei gespielt! Dunkelste Geheimnisse! Decke das dunkle Geheimnis des Casino-Betreibers auf. Ich sehe, ihr habt Gold. Hatten wir, bevor wir bei dir waren. Nein, wir haben tatsächlich viel Gold. Jetzt, äh... Jetzt wissen wir... ...den Dungeon. Ah, ist das nicht immer der Gleiche in der letzten Mission? Auf jeden Fall, ähm... ...kleine Frage. Hast du es denn in Casino auch geschafft? Ne, das wollte ich nicht fragen. Äh, kleine Frage. Äh, äh, äh... Fuck. Können wir nach dem Abenteuer nochmal in die Stadt zurück? Wenn wir es geschafft haben. Ja, in die Stadt schon, okay. Nun gut. Aber Geld brauchst du nicht mehr. Ich will aber nachher noch Drinks kaufen. Egal. Beim nächsten Durchlauf. Los. Ein kleines Hundchen, das uns etwas zeigen möchte. Ja, das haben wir beim letzten Mal gesehen. Werfen wir einen Stock vielleicht? Stock. Einer eurer Helden wirft einen Stock in den nahe gelegenen Wald. Als der Hund zurückkehrt, trägt er eine Spähe im Maul und legt ihn euch zu Füßen. Geil. Erbärmlicher Spieß der Dummheit. Best Item ever. Ah, der Doktor. Ihr seht einen ziemlich hektisch wirkenden Mann, der vor einer seltsamen blauen Box steht. Er schwingt an einer Art grünleuchtenden Stift umher und scheint euch nicht zu bemerken. Interessant, ich kann mich nicht daran erinnern, je hier gewesen zu sein. Diese Welt sieht aus, als hätte sie noch keine dritte Dimension entwickelt. Ob ich hier wohl eine Satzteile finde? Der Mann wendet sich euch zu und leckert. Brillant! Einheimische! Nein, nicht einheimische. Helden! Noch besser! Seid gegrüßt, oh holde Helden! Ich bräuchte eure Hilfe. Besser gesagt, ich habe eine Quest für euch. Meine magische transportable Festung hatte einen Unfall und brauche Metallteile zur Reparatur. Mein magischer Sensor hat bereits eine Metallquelle nahe der Straße geortet. Würde dir einen armen Zauberer in Not helfen? Die Zauberer helfen mir in der Regel nicht. Wenn du ein Doktor wärst, ja, aber nein. Ich mag den Doktor, ich will ihm helfen. Jawohl, denn das ist es, was er ausmacht. Ihr seid schließlich Helden, oder? Das Signal des Metalls bewegt sich. Scheinst du, als müsst ihr kämpfen. Ich hole mir dann später die Reste für meine transportable Festung. Allons Sieh! Los! Okay. Schade ist uns keine Daleks. Das wäre geil. Nichtsdestotrotz. Oh nein, vergiftet. Oh, das ist ja furchtbar. Gut. Gut. Jetzt versuchen wir nochmal Daleks. Ja, okay. Und als nächstes kommt eine Heilung. Yep. So, eine Vergiftung ist halt schon etwas Elendiges. Hm. Hm-hm. 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 So, jetzt nur noch Falen. Ne. wir haben keinen schaden machen ist das sind wir so gut gerüstet und so ist es das das wird er vermutlich absolvieren und ist sogar im nun gegen die betäubung okay so belohnung belohnung beute glänzende helm der kompression blutstillender beutel der resistenz und heimkränke nein entstellte körper irgendwer hat einen menschlichen körper an eine ziemlich okkult anrufende vorrichtungen nagelt wenn er absolviert ist er das gleiche element alles klar abnehmen exorzieren ich weiß nicht warum in den exorzieren sollte abnehmen ignorieren mir ist es gleich ich wasche meine hände in einem leichnam landet genau auf abnehmen das sagst du auch kräfte nehmen den körper von der vorrichtung herunter doch plötzlich beginnt der entstellte körper zu zucken und sich zu winden danke opfer vermelgtes ansatz opfer kennen wir bereits aus dem dritten dann schon oder so und ein halbank hat erpressen können Ja, das ist klar. Ja, nee. Gut, das wäre das. ... ... 68 sind dann auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gut, gut. Mhm, mhm, super, beträubt's. Dann haben wir gleich mit dem hinterher. Und tot. Nein. Aber jetzt. Alter Helm der Neugier. Tatsikistischer Beutel der Macht. Und Heilpänke. Hm. Geschicklichkeit und Glauben leben mehr. Ja, los, gehen wir in diesen letzten, schwierigsten aller Dungeons. Und wir haben direkt eine Truhe. Ein bedrohlicher Altar des Bakemono. Ein gewissenhafter Held könnte zu den dunklen Mächten beten. Ausreichend Glauben. Abraham könnte das versuchen, er hat wirklich viel Glauben. Eine gute Chance. Das Gebet von Abraham hat Bakemono bestämtigt. Ja. Nettes Buch des Palladiums. Armseliges Gladius der Einsamkeit. Leichte Haube der Immunität. Verstärkte Haube der Anpassung. Impeltes Amulett der Brutalität. Denkwürdiger Choral der Gunst. Geerdeter Gurt der Weisheit. Feuer fester Gürtel des Geistes. Und ein Level Up. Für alle drei. Geil. Ähm. Bei dir gehen wir auf... 6. Bei dir auf... Intelligenz. 111 und 77. Ah, je drei dazu. Und bei dir natürlich auf den Glauben. Oh ja. Nein. Hm. Nein. Oder doch? Intelligenz und Glauben. Intelligenz und Glauben. Äh. Nein. 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 Stärke plus 46. Dmoniker. Brügt es hier nur nicht mehr viel. 144 hätten wir so. wenn wir es noch hätten dann hätte es was gebracht es kann im instant weg Leben Geschicktheit und Glauben alle voll gehalten mittags wäre besser ja ja mit also mit diesem Gegenstand aber Angriffsformationen Maske von Atrope, Poetriester und Skarabeos ja geil Nesse Mund gegen Fluch, sonst wäre er vermutlich auch verflucht gewesen absorbiert, ja doof doof wenn hier viele Gebühren rum ist, denn deswegen na komm was ok, ungeil wenn sich das mit diesem absorbieren hinzieht über den Tempel ist das nicht so cool, da müssen wir aufpassen wie sieht das bei, na scheiße bei dem hier aus ok, das ist nicht cool scheiße, da kann ich beide noch unversetzt das ist nicht so cool, da müssen wir aufpassen und das hier hat auch nicht anständig Schaden gemacht gegen beide, oder? ja gegen den ein bisschen ok Dungbombe, alter nein gut, das war, hm, etwas was? ähm, ja, Axt und Kleid etc Ähm, hm Eine Schatztruhe und begraben unter schweren Steinen. Ein Held könnte sie heben, wenn er viel Stärke besitzt. Wahrhaft viel Stärke. Nein. Kann keiner von uns. Nein, nein, nein. Und die Wagen auch nichts im letzten Dungeon. Aber bitte mehr davon. Mehr Räume überspringen. Ah, Fickscheiße. Immerhin betäubt. Das ist schon etwas. Keine Betäubung diesmal. Aber zumindest der Fail. Ja, gut, gut. Na, nö? Oh, ungeil. Alter, nein. Nein. Ah, du musst aussetzen. Fick. Warum hast du das gemacht? Weil du verwirrt bist. Wo sieht man das? Ist er schon weg? Verwirrt, verwirrt, verwirrt in der nächsten Runde. Okay. Verwirrung, verdammt. Ja, das hat wehgetan. Shit. Jetzt habe ich diese Fluchscheiße auf mir. Ah, kacke. Okay. Okay. Komm schon, funktioniere bitte. Na immerhin. Ah nein, du kannst ja nicht. Ich wünsche mir halt, dass jedes Mal... ...ne gute Betäubung durchtickt und dann ist das schon etwas wert. Ja, du bist verwirrt. Und hast den geheilt, ja toll. Ja, danke. Wieder voll geheilt, Mann. Oh Gott. Volumen gegen Betäubung. Okay. Das macht gar nichts. Danke. Oh oh. Oh Gott. Diese Verwirrung ist ja das Letzte. Danke. Fuck you. Ja, danke. Tod. Ja, das war Pixel Heroes. Die erste Runde. Wir sind sehr weit gekommen. Aber dann sind sie über uns gekommen. Und schließen darauf direkt in unseren Rücken. ... Aber wir haben einige Errungenschaften freigeschaltet. Etliche Helden freigeschaltet. Und... Ja, ich hätte mich halt wirklich gefreut, wenn wir die Kampagne gerockt hätten. Hätte... Hat halt nicht sollen sein. Dann hat er den nächsten Versuch. Ja. 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 Ja.